Ich bin jetzt in der Landshuter Neustadt, habe geparkt und laufe jetzt zum Sektenland. Erstmal wie ein ordentlicher Bürger ein Parkticket gezogen und ich muss sagen, ich habe über die Jahre echt vergessen, wie schön Landshut eigentlich ist. Und es sind auch wirklich ein paar neue, coole Secondhandlern, also für mich neu, aber es gibt mittlerweile wirklich coole Secondhandlern in Landshut. Ich habe dann natürlich keine Schuhe, sondern erstmal eine neue Dirndlbluse gefunden. Die ziehe ich dann mit meinem schwarzen Dirndl zur Hochzeit an. Auf der Jagd nach Schuhen bin ich dann in den nächsten Secondhandlern und hier bin ich dann tatsächlich fündig geworden. Guckt mal diese schwarzen Schuhe hier, in denen kann man Lucky bestimmt gut hinterherlaufen. Und den kompletten Look seht ihr dann morgen bei der Hochzeit.